Ah ja, komm. Baus mir, Baby, baus mir. Was habe ich jetzt erforscht? Das ist Munitionsgurl, Feuerrader von Maschinengewehren. Ich will die Waffe mal schauen, Maschinengewehr. Das Maschinengewehr ist ziemlich scheiße. Das Maschinengewehr hat aber eine saurhohe Feuerrader, ne? Aber was bringt es für das, wir machen viel zu wenig Schaden. Okay, wahrscheinlich, wenn ich jetzt durchrechne, komme ich auf insgesamt mehr Schaden, wenn ich Maschinengewehr baue, als wenn ich was anderes baue, aber egal. Das wird mich überhaupt nicht. Ich baue alle scheiße an Einheiten. Hey, ich bin zu toll. Ich könnte mal weiterfahren. So, da kommen sie schon immer nahe. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Und wir könnten ein paar... Wir könnten mal die Position ein wenig näher an die Front legen. Drei... Zwei... Ja, 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 ja. Gleich, 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 gleich. Eins. Können wir noch was erforschen? Nein. Was kam... Ach, ja, der Turm. Mit mittleren Geschütz. Yeah. Dasselbe wie leichtes Geschütz, nur mit mittleren Geschütz. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bauen wir mal drei davon noch. Ist ja nicht so, dass ich total die überzogen große Armee langsam habe. Okay, was heißt, wird so groß? Wahrscheinlich kommen dann nachher zwei so Mega-Panzer vom Feind. Mit total überlegener Technologie. Und der macht dann einmal wzzzt. Und dann schneidet sich das erst mal komplett durch meine alle an meine Einheiten durch. Und dann sind alle Schrott und ich kann neu bauen. Die werden aber nicht automatisch aufgerüstet, oder? Nein. Ich stelle fest, sie sind nicht, sondern nicht schnell. Oh, nochmal verbessere. Bin ich dafür. Ich bin für alles, was mich mächtiger macht. Das stelle ich gerade fest. Bauen wir da hin. Kein Video mehr. Oh, schade. Schade, schade, schade. Und bis die an der Front sind, ist ja der Krieg vorbei. Konstruktion abgeschlossen. Ich hätte nach der Geschwindigkeit schon so noch auf 1808. Ich baue sie wieder mit Raidern, ey. Ketten ist zwar schön, aber ist viel zu langsam, stelle ich fest. Ich meine, die sollen ja nochmal irgendwann an der Front ankommen und nicht unterwegs verhungern. So langsam soll ich vielleicht mal angreifen. Nein, wir lassen uns so wenig Zeit. Soll der Freund ruhig eine gigantische Streitmacht mobilisieren? Interessiert mich überhaupt nicht. Nein, ich bin viel zu cool, um mich für sowas zu interessieren. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Auch reißt sich das Ding mal wieder weg. Zum Glück habe ich so viel Energie. Na, die sind doch schon ein ganzes Stück schneller, oder? Auf jeden Fall. So, noch mehr Terme, noch mehr Terme. Wir wollen ja nicht, dass unsere Ölversorgung da runterleidet. Durch den Krieg, durch Angriffe, genau. Angriffe, weil das wurde ich hier so. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Ausgezeichnet, klingt doch gut. Bauen wir noch eins. Kann jetzt schaden. Und... Produktion abgeschlossen. Lalalalalalalalalala, da brauchen wir noch eine. Passt schon. Oh, wie schnell die jetzt gebaut werden. Oh. Geil. Produktion abgeschlossen. Geil ist scheiße. Ja, so macht es wieder Spaß. Kriegst du vielleicht so die Fabrik, wenn wir wegen näher da unten aufbauen. Nein. Wozu? Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Können wir von da oben da runterfahren. Wir brauchen da unten nicht irgendwie so ein... An der Front direkt. Wer baut schon Sachen direkt an die Front? Das ist ja... Oh, Moment. Da gibt's Ärger. Oh, ausgezeichnet. Die hauen ja ordentlich rein. Oh, fahrt mal da her. Oh, ho, 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 ho. Da war das ein ganz schön überraschender, meine Freunde. Mit, mit. Da fällt mir grad noch was ein. Mörser. Mörser muss nicht schnell sein, oder? Ich mein, den hab ich ja... Oh, den hab ich doch schnell gemacht. Wenn jetzt den Dehnrumpf geht. Oh, ich geb ihn Dehnrumpf. Halten sie mir aus. Wenn ich neue bauen muss, darf, irgendwann will. So, jetzt bereißen wir das, was wir erst heute aufgebaut haben, gleich wieder ab. Wir haben's ja. Dicke. Ach, komm. Abreißen. Sieht einfach scheiße aus hier so. Äh, äh, äh. Das wollen wir noch bauen. Wir wollen das noch mehr davon bauen. Wir haben noch Energie. Bauen wir noch ein Mittel des Geschützes in jedem Ding. Ich verfeuere grad mal so richtig viel Energie, hab ich das Gefühl. Egal, ich brauch's ja nicht. Äh, das sag ich jetzt. Oh, lalalalalala. Ah, der Aufmesser. Oh, diese Wichser. Und ich muss die alle zu einer Einheit zusammenfassen. Oh, die vernichten grad wieder alles, was ich aufgebaut hab. Boah, nein, sterb's. Möge die in der Hölle schmoren. Ach, fahr da mal wieder raus. Äh. Welcher denn? Alle. Gut, keine Ahnung. Hä? Verwirrt. Äh. Moment. Er ist doch da unten gut. Das hab ich schon gedacht, er baut... Ah ja, mal vorgegeben, man hätte es jetzt schlagen. Ja. Ist das geil. Abgeschlossen. Welche? Okay. Dann reißen wir mal die ganzen Türme da noch ab und... Forschung abgeschlossen. Äh, kann noch was erforschen? Nein. Neues Video? Nein. Oh, das ist halt so gemein. Egal. Die Forschung ist ja erstmal abgeschlossen. Meine Armee ist gleich bereit. Also ich denk mal, dass er bereit ist. Ich weiß es nicht so genau. Nein, nicht reparieren. Abreisen. Soll ich sowas altes noch behalten? Ich hab doch gesagt, abreisen. Bist du blöd im Kopf, oder wat? Abreisen. Brauch ich die eigentlich noch? Nö, ne? Nö. Im Prinzip hab ich ja weiter unten noch welche. Oder baue ich weiter unten noch welche. Ich baue lieber da noch welche hin. Ich seh's doch kommen, dass ich dann irgendwann... Ob zwei raus... Oh, raus da. Konstruktion abgeschlossen. Abreisen. Oh, so viele Einheiten. Viel zu viele. Ich komm da nie wieder raus. Nie wieder. Konstruktion abgeschlossen. Yeah, yeah. Fette Mauer. Ich baue eine Mauer aus Türmen. Oh ja, Energie haben wir noch genug. Ja, ist akzeptabel. Konstruktion abgeschlossen. So, jetzt fahrt man noch da runter. Oh, sie sind rausgekommen. Sie sind rausgekommen. Jetzt haben wir unsere Einheiten. Schauen wir uns kurz den Feind an. Artilleriestellung. Herr Geschmack. Speichern einmal überall. Nochmal. Vier Speicherstände. Ja, geil. Und bis zum Sex. Yeah. So, nun haben wir gespeichert. Eine wunderbar große Armee. Und jetzt werden wir... ...aufhören für heute. Yeah. Ich bin gemein. So, das war's für heute. Ich werde dann alles mal weitermachen, weil ich habe jetzt noch eine Kleinigkeit zu tun und so. Also dann, bis zum nächsten Mal.